Bist du ein Lama? Ja! 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 Jetzt kenne ich endlich meine Herkunft! Jetzt macht alles einen Sinn! Ich wollte doch auch immer, dass er auf mir rumreitet. Weil Obama kann fliegen? Pst, mein Hirn, das sollte niemand wissen. Oh. Was? Das waren doch mal wieder vier ziemlich nice Animationen, die ersten drei stammen natürlich von Miaoi Animation, sein Zeichenstil ist echt ziemlich einprägsam, den erkennt man einfach sofort und die vierte stammt von BlueDolph, der möchte jetzt auch so ein kleines P-Dizzle-Projekt starten in Sachen Animationen, schaut bei beiden super gerne mal vorbei, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt zeigt euren Support und ich werde mich jetzt weiter an Freedom machen, momentan alles ist ziemlich stressig muss ich zugeben, zumal das Wetter momentan auch komplett zerstörerisch ist ich war eben gerade einkaufen und ich bin fast geschmolzt, wir haben in Köln 34 Grad und ich bin dann mit meiner Wasserkiste so längs gehobbelt und Leute, tödlich So Leute, das war's, lasst eine Bewertung da, wenn ihr mehr Animationen sehen wollt und es euch gefallen hat Hier sind jetzt noch ein paar Videos verlinkt, ein bisschen Pokémon Go, Minigames, Freedom, zieht's euch rein Habt noch einen traumhaften Tag, ich bin jetzt weg, tschüss So Leute, das war's, das ist ein paar Videos verlinkt, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt rausgekommen… Vielen Dank.